leute willkommen zu einer neuen folge von frage lukas 100 ja leute ihr seht neuen hintergrund wie schon erwähnt ich bin umgezogen ist jetzt auch soweit alles an seinem platz mein schreibtisch ist jetzt auch nicht mehr so unordentlich der ist ordentlicher als vorher auch bevor ich umgezogen bin ich habe ja mal erwähnt in einem video dass der schreibtisch richtig unordentlich ist und jetzt ist das ganze in ordnung ja leute es gibt heute einen kommentar und da ich ja der inbegriff der konsequenz bin welch diesem kommentar ein video widmen der kommentar kommt von young bürr was hältst du von club 3 könnte mir vorstellen dass es seins ist ja ich habe mich über club 3 informiert das ist wohl auch eine flage band in der unter anderem florian silbereisen drin ist auf jeden fall danke für den tipp ich werde mir die band mal anhören und dann noch mal was zu sagen ob es mir gefällt ob es meins ist gut ich würde sagen dann bei dir danke ich fürs kommentieren und ich danke euch fürs zuschauen bei dieser folge von frage lukas 100 eine minute geht jetzt die aufnahme den rekord der kürzesten folge können wir jetzt wahrscheinlich nicht brechen aber okay heute ich bin raus